da haben wir jetzt auch hier sind wir gerade auf die map gespawnt wie ich gerade gelesen habe ja irgendwie bitte einstein das ist gut ich das ist auf der auf der rechten seite war von links ja sieht aus wie so länglicher vibrator also da wo kevs gerade sitzt müsst ihr eigentlich gerade einen echten ausblick haben stimmt den habe ich entschuldigung aber ihr wollt jetzt so ein bisschen hinter mir und also jetzt gerade nicht aber eben jetzt geht es gerade wieder aber man kann ja eigentlich von wir haben nicht alle kann ich mal das werden mir gerade meine laufenden kosten auf der zog ja wohin wollen laufen sie denn kosten für die spielhalle die ähnliche autos haben er auch beworben wir machen und hier ist ein gefakt von schwarzer in uns zu sein jemanden bei der langen wir sind auf dem u-boot will auch kohle haben von mir Die sind alle ihr Geld, ne? Ja, alle Russe. Oder was das sein sollte. U-Boot-Russe. 243 hab ich pro Rang. Ja, ist aber auch die Fallen still true. Richtig. Ja, das machen wir nochmal. Den nennen wir noch. Ich warte hier drauf. Vielleicht wollte einer von euch doch dann noch ein bisschen umändern. Markus macht das noch irgendwann die Tage. Ja. Das muss ja nicht jetzt sein. Ich hab noch ein bisschen Zeit die Woche. Hey, ich bin jetzt fast Level 268 schon. Deswegen, und dann müsste ne Crew-Einleitung auf Hamster 45 kommen. Das war meine Ressie, die hier in Knack navn. Da unten ist das U-Boot, oder? Dann bis gleich Leute. Tschüss. 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 Oh. Und auf dem U-Boot gelandet. Irgendwie zieht es unten drum langsam, ne? Dann zieh dir was Warmeres an. Du holst die Baumwollslipper raus. Die Gackenslipper an, ne? Na toll, jetzt bin ich verpackt, ja. Tschüss. Tschüss. Irgendwie packt das, muss ich haben, ne? Ja. Oder andere probieren die Mission auch wieder zu quächen, so ein Teil zu machen. Das sieht so lustig aus, gerade. Hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Bei dir auch? Ja. Ach du heilige Scheiße. Bist du du flüchtig Männchen? Kannst du auch nicht dich wegbewegen, ne? Ich. Ach so, das meinst du. Ne, ich kann mich schon frei bewegen. Ich kann mich auch frei bewegen. Dann komm ich gleich nochmal wieder. Ich steune einfach nochmal die Lobby nach. Na gut, aber dann kann man ja gleich die nächste Mission ansetzen. Ja, aber erstmal dann einfach mich wieder auf die Dings einladen. Ja, ja, natürlich, klar. Ich bin ein freier Mann. Hallo, hallo, hallo. Huuu. Diesmal hast du aber keinen mehr oben im U-Boot eingebacken, ne? Ja. Das ist ein komische Typ. Jetzt sind wir die da rumbacken, ne? Ja. Bin ich denn wieder bei euch drauf? Ne, ich bin bei Black Viper. Oh, warum ist die da noch zu uns? Kennst du den noch? Ja, ja. Kann ich Donuts machen, weil da irgendwer gestorben ist? Ja, ja, ja. Nein, darfst du nicht. Okay, ich mach's trotzdem. Oh, da hab ich ja zwei Leute abgeschossen. Egal. Klar kenn ich den noch. Der hat immer so Dinge gebracht. Erst das mal zumindest. Aua, 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 aua. Der alte Mann muss sich bewegen. Komm, du bist doch nicht so alt. Ich bin fast 40. Hallo, sollst du dich sagen? Nein, ich bin fünf Jahre älter. Ich hab gesagt, ich bin fast 40. Ich bin 33. Aber okay. Ja, und ich bin 45. Was soll ich sagen? Alter Sack. Wenn ich jammere, dann ist das schon was. Aber nicht, wenn die Jugend jammert. Die Jugend. Kev, ich mach mir Sorgen. Auf was musst du dir Sorgen? Woher weißt du schon wieder, wie alt Thomas Sack ist? Ist ja ekenhaft. Ja, bei dem Alter ist der Sack alt. So, ich bin bei euch wieder drauf. Wir können mich nur einladen. Hurra, Rang erhöht. Ich bin fußklar. Aber es wird langsam voll auf der Lobby. Die ist schon wieder acht Leute drauf hier. Ja, so leid wenn ich wieder beim letzten Mal seine Leute drin hast. Und ich würde sogar irgendwie anschreien dürfen. Nur nicht angreifen und so'n Kram. Okay. Tuning VW. Tuning Technik. Okay. Ich guck dir das nächstes. Rot, Patrouillenboot. Okay. Huch, ich wollte es auch nicht angehen. Okay, da kannst du am besten wieder, so wie ich gemacht habe, in die Werft rein gehen. Dann fahr du doch da hin in die Werft, findest du. Und die kannst. Patrouillenboot. Okay, ich fahr hin. Ich fahr und vielleicht nicht nah dran, okay? Weil und der Führer ist nicht gut. Wie viele Messungen sind sie überhaupt noch bis zum Hauptüberfall? Ich guck mal. Ich kann nicht mehr. Jede Menge. Jede Menge, das passt wirklich. Das kann ich da bei der wievielten wir mittlerweile sind. Sechsten, siebten? Ich bin sowas. Geüber. Mann ist das gruselig. Ich hab ein Foto von dir gemacht. Alter, die unfullet. Ja, shine voll in die Kamera. Mann ist das creepy. In die Galeriespeichern. Ich rauch erstmal hier drin. die bilder nicht angucken kann eben in der galerie speichert oder verschicken kannst du im social club die werden im social club gespeichert da kannst du sie sogar auf die ja sind wir sind alle auf dem u-boot weil bei mir auf der karte wird alter kämpft du alkoholiker hier gibt es doch nichts zu trinken ich bin mir selber was mit vor allem ich mach das hier und yvonne kracker guckt mich so total begeistert an und ich sauf mich dahin ach komm schon der gefällt es doch auch mann kannst du mal den markieren mit ich weiß ungefähr wie weit das das ist in der nähe vom flughafen eigentlich auf der anderen seite naja und wo sind wir da am achterfeld in der nähe von meiner jacht so ich habe die bierflaschen hier am boden gewonnen kannst du eben schnell reise machen bis zum luker bei charakters betrunken ich habe die achte flasche bier durch ja spiel eingefrorenes bild geil jetzt ist sie wollen wieder verpackt irgendwie packt heute geht es ja ganz schön muss man mal sagen aber ich meine ich kann alles machen nur ich stimme so froh wie soll ich denn schnell reise machen topos wenn ich ja nicht mal was machen kann ach so du hängst wieder ja wenn ich ja kurz die lobby und kommt zurück und wir verlieren das aber die mission wird neu ja geil das ist extremst laune irgendwie das ist gerade so rumpackt sind bestimmt wieder andere spieler kommen wie an die missionen oder so zu wie auf keinen ich habe schon lange weil was der jetzt wieder auf online gehen gehen auf krim wieder wieder zurückkommen ich habe zu gekongen was Der wieder da, bei Verrücktenirren, der wieder jetzt hier aufregt, schrie, der macht ja richtig schön keinen Spaß hier vorhin einladen. Geht hier am Kopf, ich wollte eindeutig. Ah, da geht auch einer, geht auch rein. Was ist denn dieses Mal dein Umboot gefahren? Ich weiß es nicht, es fehlt noch ein Team. Was ich für der ist gerade Markus, war gar nicht auf die Lette oder so. Ja, ich bin da. Okay. Du bist hier wieder im Team. Ach ne, geh mal. Das ist sowieso hier hinten, ne? Ja, dann lade ich euch auch. Gar ist. Ja, hab auf. Na, tut du lieber rein. Ja, schon passiert. Hab's doch schon. Wir sind ja schon alle da. Ich sehe den Markus, ich sehe den. Ja, ja, bin da. Ich eile. wir haben noch über zwei sachen noch mit fahrzeugen dann kommen drei sachen mit die mission läuft doch da sind wir ok na ja genau und dann über nämlich das steuer ja scheinbar mag uns geht ja heute einfach nicht heute wird geht ja nicht wenn wir überhaupt quartier wieder zum u-boot oder ich fahre ich gleich näher ran und dann könnt ihr mit dem u-boot aussteigen schwer die falsch treppe gewesen also man kann sich hier schön verlaufen hier drin ich bin am kleinen u-boot ich frage mich jetzt wo noch wir fahren mit einem großen u-boot hin also der von meiner linde ich komme jetzt sofort weil ihr könnt dann gleich an land gehen und ich gebe euch luft unterstützung vom u-boot aus moment 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 ich habe so an gewohnheit mit dingen mit zu verlaufen im moment sind wir noch auf dem u-boot dann bist du bei deiner heulen so da bin ich dann ist rex tober ist aber egal alles kein ding wie sehe ich das denn bitte gerade noch doch ein stück 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 perfekt das wächst rein ne ich denke irgendwo rein war es doch ja weiß ich doch ich muss das so gut nur drehen das ist sehr rutschig hier draußen es regnet ja auch ja 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 da hat ja ok dann darf ich die in der richtigen bis dann ja 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 da Da rein, nach der rechts. Vorsichtig ist nach der rechts, du bist vorne oder ganz nah an der Wand. Vertrau mir doch. Ich verscheu auch, du sagst nur, dass du nach an einer Wand tisst. So, jetzt könnt ihr eigentlich aussteigen. Ich bin doch vielleicht so ausgestiegen für den Oberhalb. Ist aber doch kein Treffer zum Hüsterachsen, ist ganz dahinten. Seid ihr raus oder noch nicht? Verdammt, ich kann kein Bier mehr trinken. Er ist noch im Saug. Nein, nicht mehr. Ich meine, bevor hat das alle... Ich muss gleich noch mal zur Tanke neue Bier kaufen. Was macht ihr da vorne eigentlich? Ich bringe euch auf die richtige Seite. Ich bin zu deinem Anstieg. Bitteschön, raus. Wo kam das Boot her? Yvonne, wo bleibst du? Ich bin schon unterwegs. Yvonne ist schon ausgestiegen. Alles wachgedeckt. Ja, wir wollten mit dem U-Boot fahren. Aber wir haben vorhin gefahren. Wir stehen ja die ganze Zeit an dem U-Boot. Hey, mit dem U-Boot gucken wir nicht weit. Weil wir müssen Leiter treffen. Ja, da muss man aber auch mal miteinander reden. Ja. Und nicht einfach irgendwas machen. Wir haben jetzt die ganze Zeit gewartet. Wir stehen die ganze Zeit an dem scheiß U-Boot da unten dran, an dem Mini-U-Boot. Ich hatte doch gesagt, wir fahren mit dem U-Boot dran, mit dem Großen. Ja, das war dann falsch verstanden. Weil sie sind wie ich dachte mit dem Kleid. Seid ihr schon drin, oder was, jetzt in der Mission? Yvonne ist... Ja, ich habe den Gegner schon entdeckt, die anschauen. Sieht aus. Ich wollte schon ein bisschen Haltes aus. Sind auch immer noch die Göttinger zum Abschlachten für euch. Ja, das war dann für die Geräusche. Echt, ich will jetzt gar nicht wissen, was für ein Geräusch das war. Okay, zwei Frauen. Gut. Gut. Geh ich nach dem Boot, mal Koh Katherine, dann weiter weg, dann kann ich die Helikopter ableisten. Und dann kann ich die Helikopter ableisten. Ich sage mal, komm jetzt nach oben scharf sitzen. okay aus der entfernung mit der schroth warum nicht so ein sicherheitsterminal ist schon deaktiviert so der computer sie über die luft gegangen da habe ich schon mal erwähnt dass der alarm nein so Jaaah! Jaaah, ich werde weg. See dich. Jetzt ist er tot. Ach Baby, mach schon. Deaktiviert. Bitteschön. Benütze das Hauptterminal. Ich bin schon da ran, wo das Ding ist. Das habe ich schon gesehen. Yvonne ist schon ran, wo das Ding ist. Ja, ich habe es gerade beim Durchgehen gesehen. Das ist oben. Entschuldigung. Oh. Will jemand mit? Ja, ich komme hier schon. Mach ihn auf mich. Leider drauf? Ja, alle mal drauf. Ja. So, und worin müssen wir jetzt? Ach so, die Miriam-Schrauber ausschalten. Sind doch schon ausgeschaltet. Ne, da sind noch zwei. Zwei sind noch da. Boah, er kann mich nicht zum Ziel fahren. Ich fahre das noch mal mit. Heiner hat auf jeden Fall schon mal mitbekommen. Ja, sehr gut. Okay. Sind weg. Und wieder da. Da kommen noch zwei, ja. Okay, übernehme ich mit dem Bubo. Jetzt. Ich glaube, da kommt ein Boot oder so. Kann das sein? Ja. Sah nur so aus. Das war doch die Überrasse. Wer schwimmt denn da gerade im Wasser? Ich kann mich mal mit einem Sattel. Ja klar. Und die ist gestorben eben. Weil ich konnte nötigen die Deckung, die man sucht. Ich hab auch mal Heli von der Luft geholt. Ich bin stolz, Raffel aufhörig. Wenn du auf dem Bubo drauf wärst. Das ist hier aber komplett nach hinten schwimmen. Das ist so fett, wenn es da keine Treppe gibt oder sowas. Was? Nee, 500.000 bekommen. Okay. Wie? 500.000. Jetzt 5.000. 5.500. Bin drin. Sie ist drin. Du hast ihn drin? Okay. Wo sind denn die Erstaaten, dass ich die abholen kann? Ja. Was soll ich das effektiv hin? Noch das Boot wegbringen? Ja. Das U-Boot. Das U-Boot. Ja. Das Bötchen wegbringen. Ja. Du musst dann quasi gleich rechts irgendwann um diese Insel rum. Die von dir ist. Kriegen wir schon hin. Aber du hast glaube ich... Ich weiß gar nicht, ob du den gelben Punkt siehst. Doch. Ich seh den. Mhm. Man sieht den auch. Die muss den nur noch. Überall stehen hier Yachten rum. Wir kommen mit Vollpower. Wir sind übrigens einer nach vollem Lobby unterwegs, wollte ich nochmal so erwähnen. Also die Yacht, die jetzt quasi links auf blinkt, ist meine. Die mit dem lauen Lichtern. Wollte ich nochmal erwähnt haben, ne? Wir sind 20 Mann in der Lobby hier. Ja, ja. Wir machen danach auch Feierabend, würde ich sagen. Weil wir haben gleich 4 Uhr. Äh, 2 Uhr. Ja. Dann brauche ich euch ja nicht abholen. Nö. 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 Das liegt aber nicht nur in der Lobby. Es liegt auch ein bisschen mit der fortgeschrittenen Zeit. Abgeliefert. Ja. Ich hätte auch mal vorliegen, was als nächstes kommen würde. Nö. 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 Vielen Dank.